5. 2. 1. Einfach aus Interstell-E nach Stilz, Frutigen, Kandersteig, KOPENSTEIN, RIEG, Anfang 7.27 Uhr, 1. Klasse, Sektor C, 2. Klasse, Sektoren A und B. Ihre Geisterbahn sitzen die Einten so, das sei alles, was kommt, schon zum Vorausgesehen komm. und der Rücken zukehren, der Richtige, von wo der Zug kommt. Die anderen sitzen im Bank vis-à-vis, dass sie lange noch sehen können, wo der Zug schon war, und der Rücken zukehren, der Richtige, woher der Zug fährt. Jetzt stellt euch vor, jeder behauptet einfach, so wie er es gesetzungsrichtig und schon hei sie Krach, sie geben einander mit Schirmen aufs Dach, der Zug fährt. Und auch wenn der Kondukteur jetzt noch kommt, so geht er dem Sachverhalten nicht auf den Grund, er sagt nur, was für eine Ortschaft jetzt kommt, es ist Rohrschach. Applaus 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 Applaus